Hola, hier ist Nana Sturm auf dem Kanal MatriWissen und heute mal wieder als Lauschbeitrag. Ich möchte euch heute gerne die weibliche philosophische Gemeinschaft Diotima vorstellen und viele Informationen rund um diese Philosophinnen-Gemeinschaft finden sich auf der Seite von Antje Schrupp, antjeschrupp.com, ich verlinke euch das auch unten. Und Antje Schrupp hat viele Texte der Italienerinnen übersetzt, nachdem sie Chiara Zamboni kennengelernt hatte. Es war eine Art Ansteckung, um das Bild einer anderen Diotima-Philosophin Luisa Moraro zu gebrauchen. Die Ansteckung nicht mit einer bestimmten Theorie, sondern vor allem mit einer Praxis, dem Vertrauen auf das Gespräch zwischen zwei Frauen, in dem das Begehren der einen auf die Autorität der anderen trifft. Ja, das schreibt Antje Schrupp hier. Und für mich ist einer der ganz entscheidenden Sätze dieser Mailänder-Philosophinnen Wenn Frauen sich auf Frauen beziehen, verändern sie die Welt. Auf der Homepage der italienischen Philosophinnen-Gemeinschaft steht Wir sind keine Gruppe, sondern einzelne Frauen, die sowohl als einzelne wie auch gemeinsam geprägt sind von einer Geschichte der Beziehungen, angefangen bei der Beziehung zu unserer Mutter, die weitergeführt wird von der Beziehung, die uns untereinander verbindet, und die Diotima heißt, ein gemeinsamer Name für Beziehungen unter Frauen, die Philosophie treiben. Diotima hat sich im Jahr 1984 als weibliche Diskussions- und Forschungsgemeinschaft in Verona gegründet. Also den Kern bilden etwa 10 bis 15 Frauen, die treffen sich einmal im Monat und sie veranstalten große Seminare, bei denen regelmäßig Bücher hervorgehen und Frauen aus ganz Italien und aus dem Ausland hinzukommen. Gemeinsamer Wunsch dabei war es von Anfang an, so Chiara Zamboni, die neben Luisa Muraro und Adriana Cavarero eine der Gründerinnen von Diotima ist, auf eine Weise Philosophie zu machen, die dem eigenen Frausein treu bleibt, die Frage der weiblichen Differenz einführt und sie immer offen hält. Dies wird auch im Namen deutlich. Diotima hieß eine weise Frau aus dem antiken Griechenland, von der Sokrates im Platons Gastmahl sagt, sie habe ihnen das Wesen der Liebe gelehrt, die aber weder bei diesem Gastmahl von Männern noch in anderen antiken Quellen anwesend ist, ebenso wenig wie die weibliche Differenz in der männlichen Philosophiegeschichte. Und Antje Schrupp beschreibt, was die Veronese-Philosophinnen-Gemeinschaft von anderen politischen Gruppen unterscheidet. Sie sagt, das ist die Abwesenheit von festen Strukturen. Es gibt keine formale Mitgliedschaft, kein gemeinsames Programm, keine für alle verbindlichen Regeln. Diotima ist keine Gruppe, der eine beitreten könnte, sondern es ist eine Aktivität. Verdiotima, Diotima machen. Zugehörigkeit konstituiert sich über die duale Beziehung, also die persönliche Beziehung zu einer oder einigen Frauen, aus denen dann immer wieder konkrete Projekte, Begegnungen, Veranstaltungen hervorgehen können. Auf diese Weise hat sich das Diotima machen weit über die Grenzen Italiens hinaus ausgebreitet. Es bestehen intensive Kontakte nach Frankreich, Spanien, in die USA und auch nach Deutschland. Und ich muss sagen, dass noch bevor ich Texte von dieser Philosophinnen-Gemeinschaft gelesen habe oder mich wirklich mit beschäftigt habe, noch bevor ich den Begriff des Affidamento kannte, habe ich doch angefangen, mich in dieser Art und Weise zu verhalten. Also das Affidamento geht zurück auf Affidarsa, also sich anvertrauen. Ja, und Antje Schrupp beschreibt, immer dann, wenn eine Frau sich mit ihrem Begehren der Autorität einer anderen Frau anvertraut, wenn also das Begehren einer Frau mithilfe der Vermittlung einer anderen, die ein Mehr hat und die deshalb mit Autorität spricht, einen Weg in die Welt findet, dann ist eine Frau frei, in der Welt zu handeln. Und mein persönliches Leben, mein In-der-Welt-Sein hat sich wirklich sehr verändert, seit ich mich bewusst auf Frauen beziehe. Ich merke, wie das wirklich mein Denken, mein Fühlen umstrukturiert. Und ich habe das Gefühl, dass genau da eine ganz große Kraft liegt. nicht gegen etwas sein, sondern einfach etwas Neues schaffen. Und während das Neue bereits entsteht, kann eine dann spüren, wie so nach und nach die alten Strukturen sich auflösen, verflüssigen, abplatzen. Ja, Antje Schrupp schreibt, dass die Beziehungen zwischen Frauen die Grundlage für weibliche Freiheit sind, war bereits ein Grundgedanke der Frauenbewegung der 70er Jahre. Unerhört war etwa die Praxis der Separation, also dass Frauen sich untereinander und ohne Männer über ihre Wünsche, Selbstbilder und Vorstellungen austauschten, unter dem Stichwort Consciousness Raising, Selbstbewusstsein entwickeln. Fanden sie heraus, dass der Vergleich mit den Männern oder die Abarbeitung an männlichen Bildern nicht förderlich ist? Da will ich auch gerne nochmal einhaken, weil ich das ganz oft habe, wenn ich mit Männern rede, dass die von der Vorstellung, also wenn man jetzt auch bei Konsensentscheidungen, Irokesenliga, ihr habt es hoffentlich je gesehen, mit Anna Pixner, da gibt es eine schöne Sendung zu. Und da sind die Frauenräte und die Männerräte, die erstmal jeder für sich halt ihre Sichtweise beleben. Und dann geht es natürlich zusammen und dann wird eine gemeinsame Entscheidung gefunden. Aber ich erlebe das, wenn man da mit Männern drüber redet, dass die dann sowas sagen wie, ach ja, jetzt schon wieder irgendwas getrennt und so und da geht das nicht mal zusammen und so. Und ich denke, nee, geht zusammen, aber erst im zweiten Schritt so. Der erste Schritt ist, dass wir Frauen uns den Raum geben, dass wir unter uns erstmal herausfinden, was wollen wir eigentlich, was sind unsere wirklichen Bedürfnisse, Wünsche. Ich erzähle euch hier nochmal ein bisschen was weiter aus einem Vortrag, den Antje Schrupp im August 2005 beim Beginentreffen in Bielefeld erstmals gehalten hat. Überschrift des Artikels ist Affidamento oder warum und wann Beziehungen zwischen Frauen die Grundlage weiblicher Freiheit sind. Sie schreibt, Die italienischen Philosophinnen waren die Ersten, die sich deutlich vom Ideal der Gleichheit, sowohl der Frauen mit den Männern, als auch der Frauen untereinander, distanziert haben. Sie lehnten seit den 80er Jahren zunächst den Emanzipationsfeminismus ab, der sich zum Ziel die Gleichheit von Frauen mit den Männern gesetzt hat, weibliche Freiheit also in Analogie zur männlichen Freiheit verstand und versuchte, sie mit politischen Programmen wie Quotenregelungen und Frauenförderplänen durchzusetzen. Nicht glauben, Rechte zu haben, ist der eigentliche Titel ihres Buches, das in der deutschen Übersetzung »Wie weibliche Freiheit entsteht« heißt. Rechte können weibliche Freiheit nicht garantieren, denn sie werden den Frauen nicht gewährt, weil sie Frauen sind, sondern im Gegenteil gerade unabhängig davon, nämlich deshalb, weil sie gleich sind mit den Männern. Die Liebe der Frauen zur Freiheit, ihr Begehren, frei zu sein, das sich in der Frauenbewegung ausdrückt, beinhaltet aber den Gedanken, dass Frausein und Freisein sich nicht gegenseitig ausschließt. Es geht also darum, zu verstehen, was Freiheit ist, die nicht das Frausein verleugnet. Früher, vor der Frauenbewegung, wurde ja häufig gesagt, wenn eine Frau sich freimachte von weiblichen Rollenmustern, wenn sie Pilotin wurde oder Forscherin, dass sie das macht, obwohl sie eine Frau ist, so als sei das Frausein eine Behinderung. Heute nach der Frauenbewegung ist das nicht mehr so. Heute wissen wir, dass eine Frau frei ist, alles zu tun, was sie will, dass ihr Frausein sie nicht auf etwas festlegt und dass sie deshalb auch nicht dieses Frausein ablegen muss, um frei zu sein. Oder anders gesagt, eine Frau, die heute Fußball spielt, übt keine männliche Tätigkeit aus, sondern eine weibliche. Und eine Frau, die Hosen trägt, übernimmt keine Männerkleidung, sondern trägt Frauenkleidung. Das ist die Freiheit einer Frau, wenn ihr weder die Freiheit noch das Frausein verloren geht. Damit aber sind wir bei der Bedeutung der Differenz. Weibliche Freiheit bedeutet eben gerade auch die Freiheit, sich aktiv von anderen Frauen zu unterscheiden. Etwas anderes zu tun, als die Mehrheit der Frauen für richtig hält. Wenn Frauen frei sind, dann haben sie keine gemeinsamen Interessen und Meinungen, allein weil sie Frauen sind. Und dennoch mutieren sie dabei nicht zu neutren, zu geschlechtslosen Wesen. Sie sind Frauen. Und das hat eine Bedeutung. Nur dass diese Bedeutung nun eben frei ist, sie ist nicht von ihrer Natur, ihren Genen, ihrem vermeintlich weiblichen Wesen abhängig, das irgendwie festgelegt ist, sondern, was es bedeutet, eine Frau zu sein, wird jederzeit neu verhandelt und kann sich deshalb auch verändern. Freiheit ist in Beziehung. Frauen sind nicht automatisch qua Geschlecht miteinander verbunden und stehen zueinander in Beziehung. Sie müssen diese Beziehungen untereinander aktiv eingehen. Und zwar nicht Beziehungen allgemein, sondern konkret. Die jeweilige Frau, die eine Beziehung hat, zu einer konkreten anderen Frau. Dass Freiheit etwas ist, das aus einer Beziehung, aus einer Abhängigkeit also in gewisser Weise, entsteht, ist zunächst einmal ein ungewöhnlicher Gedanke. Denn üblicherweise hat ja die westliche Philosophie nicht Beziehungen zur Grundlage von Freiheit gemacht, sondern Autonomie, also Selbstgesetzgebung, die Loslösung des Subjekts von den Beschränkungen durch Beziehungen. Die anderen und die eigene Bezogenheit wurde nicht als Grundlage von Freiheit gesehen, sondern als deren Grenze. Meine Freiheit, so wurde gesagt, endet da, wo sie die Freiheit der anderen einschränkt. Insofern ist die weibliche Entdeckung der Freiheit in Bezogenheit eine Entdeckung, die das westliche Weltbild umkrempelt. Sie ist nicht nur auf die Frauen beschränkt, sondern sie ist ein Angebot, auch für Männer. Es ist ein langer und sehr interessanter Artikel, den Antje Schrupp hier geschrieben hat, oder ein Vortrag, den sie gehalten hat. Und sie geht ausführlich ein auf Autorität, weibliche Autorität, die halt auf das Begehren einer Frau trifft. Und was ist diese Autorität? Das könnt ihr gerne auf der Seite von Antje Schrupp nachlesen. Ich springe jetzt hier ziemlich zum Ende dieser Ausführungen. Da schreibt sie nämlich, wenn es weibliche Autorität gibt, dann muss ich aber die Realität nicht leugnen. Ich muss nicht mehr mit dem Kopf gegen die Wand rennen, sondern ich bin handlungsfähig, auch in schwierigen Umständen. Meine Freiheit hängt nicht von Rechten oder Möglichkeiten ab, die mir gegeben werden, sondern davon, ob ich einen Weg finde, meinem Begehren zu folgen. Freiheit ist, dem eigenen Begehren auf der Spur zu bleiben. Und das ist auch der Grund, warum Affidamento-Beziehungen, also Autoritätsbeziehungen unter Frauen, die Grundlage weiblicher Freiheit sind. Weil sie die einzelne Frau freimachen von den Mehrheitsmeinungen der Welt, dem Mainstream, dem üblichen Selbstverständlichkeiten, ohne dass sie dadurch aber orientierungslos wird und verloren ist. Indem ich Autorität anerkenne, indem ich Autoritäten finde, die zwischen meinem Begehren und der Realität vermitteln, werde ich handlungsfähig, bin ich nicht mehr auf die Anerkennung der Machthaber oder der Mehrheitsmeinung angewiesen, denn ich habe einen anderen Maßstab gefunden. Ja, ich habe auch einen anderen Maßstab gefunden und ich kann das wirklich jeder nur empfehlen. Wenn Frauen sich auf Frauen beziehen, verändern sie die Welt. Holla Ja, ich habe auch mal tan平 green google gemacht. aber ich habe auch eine Bekstabelse. Untertitelung des ZDF, 2020